Hallo Leute, Alpenmelscheier! Wir spielen heute in Final Fantasy XV. Also, ich weiß nicht, bis wir schon in der Zwischenzeit so gemäht haben. Also, auf die Quästen haben wir schon ein Pack gemäht, ich weiß nicht mal hier. Und hier haben wir die Farben noch immer gekannt. Hier sind Hunter's Quästen, also das ist der ganze Hunter. Sie sind auch Rang 2. Und, äh, voila, da sind allgemein Side Quäste. Eben da, wo wir spezielle Event Quäste sind. Das habe ich für das, was wir kochen, eben. Und hier sehen wir Rote sind Main Quäste. Also, das ist auch in der Richtung, wo wir weiterfahren wollen. Wir haben hier Rote Quäste, wo wir da werden machen. Wir haben ja gesagt, dass wir das können ja... ...bohren. Ah, nein. Oder ich hoffe da immer. Segel. Ich weiß nicht, was das genau ist. Aber, wir gehen auf die Insel. Ich bin ein bisschen gelevelt dabei. Weil ich in der Logidirene empfange die beste Waffe, die in einem Moment keine kreieren. Das habe ich, äh, das ist immer so weit so gut. Ich habe gesehen, dass Pronto wirklich extrem wenig HP in hat, ne? Was wir dem noch machen, bevor wir gehen, ... ...seh vielleicht haben sie einen kleinen Boost. Ich weiß nicht, nicht. Weil das ist noch kein Geschehen in der Wehe. Wir haben einen kleinen Boost an die Stats, wenn nicht schlecht. Also, dein ist relativ teuer, ne? Ich muss schon ein paar. Wir sind 300, dass ich ein 130 dabei habe, 600 HP dabei und so. Plus ein Recoverweight, 25% mehr ich. Ja, mir denkt 10.000 Jill. Das tun euch alles, was ich ein bisschen verpasst habe, zu machen. Das ist ein Pfund. Und hat gesagt, ein Naises. Texteure waren in den nächsten Momenten ein bisschen rastlich, mit der Dutte gesagt, ein Naises. Den Kalamare kann den Schwimmen ganz klar. Oh ja. Mullen 11 drauf. Und zack, Schiedrich gibt den Bonus drauf. Das ist perfekt. Und mehr da unten. Safranreis. Schießen wir weiter und schießen wir weiter. Ja, das ist gut. Hier müsste ich noch den Namen so. Am Anfang können wir zum Beispiel Gerichte leeren. Da muss man gucken, dass wir Zeltate fallen. Oder Heinz, du, wenn wir Zeltate fallen, entdeckte neue Gerichte. Das hatten wir ja schon. Also, sie werden hier für zu gehen. Das ist okay. Okay, schnelles Gemüt, was sie wohl machen. Also, war gut, das Spiel da war eigentlich auch vielwärend. Das ist ein bisschen früh, nicht wahr? Neh, es ist cool. Okay, ich mache das Geld, wir wollen da auch noch rüber. Ich hoffe, schon mein Bustel lohnt es mir nicht echt geholt. Ja, doch, ich mache es schon. Das ist doch alles. Der ist ja auch nicht extra flott. Schon gesehen, dass ich mir der Deluxe hätte schon im DLC nach einer Kostümer dabei gerüht. Das schmeckt, ich werde mir die eigentlich auch gucken. Weil sie gesehen, dass das ein bisschen seriös ist, wie wenn sie sich da am Manteln hätten und nicht so oben oder rundherum laufen. Oh nein, ein 10er ist im Kingsglaive. Da hat er sein 10er ist Kingsglaive. Das wäre das... Ja, 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 ja. Ja, okay, das ist... Wir sind da. Im Moment. Wie möchte ich die Gaffee überall sehen? Ja, am Anfang den Friedenspakt hat, sollten wir unterschreiben gehen. Mir, das war alles noch in den Fall. Eben, an, äh, du uns, äh, fertig brüchst die Mauer, ich wot, äh, ich wot insomnia, dass das die große Hauptstadt, eben, zu zerstören, an. Kampf, 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 der König wird es alle aufhören, dabei. Und ja, ein Arm, äh, ein Diamantarm, kann ein Fjernfilme, ich weiße, oh mein Gott, Diamantarm. Und ein Weapon ist, äh, das ist ein Diamond. Das ist so, äh, ja, ein Diamond Weapon. Weapons sind, äh, ziemlich Kreaturen, die für sich existieren an der Final Fantasy Lore. Das ist so, dass sie meistens ganz stark Bosse sind, ganz oft mehr stark für den Endboss vom Spiel, meistens sogar, und das ist einfach nur ein Challenge, den zu besiegen. Ganz oft kann ich nicht mehr, ganz zum Schluss dazu, den zu machen, ab, la, das Diamond Weapon kann bei Final Fantasy V4, und das ist an der Geschichte. Und das ist, ähm, ziemlich, ähm, ein von den ähnlichen Situationen, wo ein Arm an der Geschichte direkt mal drauf ist. Oh, Richtig dann. Okay, das ist Kingsclay, was dort hörst du und geschieht. Insomnia... Falls. Was? Was? Das ist deine Idee für eine Schöne? Ich muss dich aufhörtern, um, dass ich zu erklären kann. Ich bin so aufhörter, wie ich werde. Da war ein Angriff. Die Imperial-Armee hat die Kran-City genommen. Als die Träte-Rümmel-Tempern flärte, Blast lit die Nachtskai. Als die Blüte über die Citadel hat geschehen, der König war... war... ...dead. Nein, warte, warte. Wir hatten keine Art von wissen. Was? Wissen was? Was? Aber das Wettbewerb! Altissia! Ich weiß. Das war der Plan. Doch die Zahlen der Invasion sind alle das gleiche. Wie könnte jeder Händler in der Kingdom falsch sein? Lies. Wenn nur... Was noch machen wir noch? Die Wettbewerbscheinige Summen am Hammergrund hören aus Playstation. Sie sind von relativ weit hoch mit dem Design an der Kamin. Und das bedeutet, wir gehen zurück ins Amien. Ich könnte nicht sicher sein. Ich könnte nicht sicher sein, wenn wir hier. Turnen zurück. Ja! Der König ist sonst. Sie sind von dem Stadt. Sie wissen nicht, was Probleme sind. ... Weil sie wissen nicht, was das für Leute sind. Sie sind nicht mit denen direkt so konfrontiert. Das gingen sie nicht machen. Wie lange läuft das noch? Allee! Hier komm, ich dröge das hin, ey. Oh, come on. Playstation, bist du durchgeschmult? Nee. Oh, ein renerisch Geishand. Einen anderen Tipp für Gouvi, oder? Wahrscheinlich auch einen anderen Tipp für Geishand. Ich hoffe, dass alle in Ordnung sind. Oh, come on, wir müssen uns gehen. Wir müssen uns nicht verlieren. Wirklich? Kann die Faith stoppen eine Flette von Imperial-Dreadnoughts? Gib sie ein Rast. Mein altes Mann hatte viel Faith. Enough. Der Empire lief. Und sie haben uns verletzt. Die Konjunktur bringt uns nicht mehr. Wir suchen die Wahrheit. Alles, was du findest, sind Lüge. Oh, warte, hat die Drogund gesehen. Ah, verloren können sie abtauchen. Es sieht nicht, wie sie diesen Krieg-Treatie signieren. Oh, du hast einen Mojitek. Sie haben einen Inspektion-Punkt setzten. Wenn die Rode vorgelegt ist, dann finden wir einen Weg um. Mach's hin, dass sie rauskommt. Und sie denken, sie gegen eine Dumpfahre. Ich fahre in der Titan einstellige Idee, da fahren sie mehr auf, wie viel drinnen. Lass uns einen Detour machen. Es sollte ein decentes Vortragspunkt vorhanden sein. Also gehen wir mal das Reckraum an den normalen Kleidern, weil ich fand die Posse gerade nicht. Die meint nicht sehr gut genug. Verblinken sie alle, die Ultra. Statt wenigstens reden. Oh mein Gott, sie wirken... Okay, so ist besser. Da waren sie in der Halle, wo sie stehen. Und das hat immer ganz komisch gewirkt. Oh... Schleifen, das habe ich gesagt. Ähm, okay. Wir haben definitiv den Niveau für den Schleifen, doch. Und rein! Und rein! Let's go! Und rein! Und rein! Let's go! Ah, das geht durch Köchten? Okay. Boah sowieso, ne? Das ist aus dem Hauptträger stehen. Wollen wir sie als den Seehund haben. Wollen wir sie als den Seehund haben. Ja, das normalt schon hat die Trainer am besten. Offensiv sind schon immer. Woher kommen sie immer wieder? Kann ich nicht messen, dass die meisten Booster verloren? Ja, das ist schön. Wir sind hier auf Lowestick gefahren. Alle sind scheinbar. Merze hochgefahren. Ich bin da. Ich bin da, dass du noch nicht mehr so machst. Ah, wow! Wie schießt du nicht? Ich weiße Schuss aus. Ich gesehn der Schuh gezielt die von den Snipern. Und das geht mit dem Blöck zu wissen, dass du doch bist. Ah fuck. Okay, ich guck dir mal das weh. HAAAH! Get off! Agnes! Agnes! Schein, 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 schein. Aber der Kampf gefällt mir, ne? Die Leute werden so sagen, oh, das ist ja gut, nämlich strategisch, und hier, und hier, und hier. Ja, aber komm mal nicht. Ich bleufe den RPG, alles was RPG-esk ist, ist dran, und ich fand, wenn es schon ein Action-RPG gibt, da soll sich wenigstens an dem Bereich da gut aufhören, wenn man nicht möchtet. Weil, wer will ihnen unbedingt immer das inseriert, musst du schon unbedingt behalten, oder, so wie das genau sind. Ja, nein, ja, nein. Weil, das ist normal, dass du schon so schnell entwickeln, wenn ihr nicht probiert, wird, ich werde ja immer stehen bleiben auf das, was das. Und in der Weihasse-Labs wird dir auch gefällt. Ja, du! Den, den... ...nummern-ronde-basiert-RPG willst spielen. Give it a try. In the wake of the news of King Regis' death, we've now received word that Crown Prince Noctis and the Oracle Lunafreya have also been pronounced dead. Keep it on! Don't bother! Okay. Wie wird alles tot gemeldet? Hallo? Korra? So? Du hast es geschafft. What the hell's going on? Where are you? Outside the city. With no way back in. Makes sense. Makes sense? Are you serious? What about any of this makes sense? The news just told me I'm dead. Along with my father and Luna. Listen, I'm heading out to Hammerhead. About the king, it's true. If you're looking for the whole truth, you know where to find me. Get moving. Right. What did the marshal have to say? Said he'd be in Hammerhead. And the king. The trophy pass. Oh my god. That's the first moment. What's left? That's a funny joke. Okay. It's coming after a moment to win an emphasizing level. Begret. It's okay. 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 No turning back. In a single night, the promise of peace have been broken. The crown city along with it. Putting their home behind them, the four friends set forth to find answers in Hammerhood. Woooahy! Hooahy! The one what we have. Hammerhead is about it. Hammerhead. I've chosen my success once again. Though my life is still on, because the sleides are too long. Mhm. Ja, ich hatte gehofft, ich wäre nicht so lange. Ich werde gut, dass das ein Kerl lang läuft, dass ich mir für eine lange Zeit traue euch. Und ich weiß, ich könnte das rauschneiden, mir ist ein bisschen zu faul und schon im Moment eine wirklich Zeit für zu schneiden. Vielleicht mich spät, denke ich, ja, ich möchte, wo wir bis mich frei runter gehen, um zurück auf Platz, ich könne gehen, da werde ich mir wahrscheinlich bis mich schnell reisen können. Oh, Luna Freya. Da darfst du, ich habe noch ein bisschen Bild von dir gehört. The Power of Kings. Also, ich will ein bisschen erklären, weil, du weißt ja gut, keine Erklärung, obwohl eine Kingsglaver sind, du ziemlich froh lebt. Ich würde nicht auf das, nicht mit dem Marschall hier. Ich wundere, wie die Dinge in der Stadt sind. Es sollten Reporten vor lange Zeit sein. Ja, etwas, das so groß ist, kann nicht ignoriert werden. Und was für uns? Was machen wir? Wir machen jetzt für Hammerhead und entscheiden uns das andere später. Ich habe ein Messer von meiner Freundin, sie hat ihre Flüchtlinge gebeten für uns daheim. Ich habe ein Messer von meiner Freundin, sie hat ihre Flüchtlinge gebeten für uns daheim. Ähm, also zumindest ihr ist okay. Ja, es ist alles, was ihr macht, wenn ihr jemand anderes ist so gut, jetzt. Und das ist der Fall. Ihr Gierde oder was auch immer. Und, ähm, ja. Einmal Weg nach vorne. Einmal Weg nach vorne. Ich bin weg. Ich bin weg. Ich bin weg. Ich bin weg. Und das ist, wenn da dringend ist. Dann gibt's jakieś ein Handeln. Ich bin weg. Ich bin weg. Und bekomme diese Ahnung. Und die Ahnung. Und da hat der Schlange. Ich bin weg. Ist es jetzt am játysten? Und dann, ob ihr Fragen geschehen, wie sie sie wissen. Ja? Wenn du mit der Schlange machte, dann fühlst du gleich. Tritts Achse zu Unlimited Power. Wir schauen, ob wir heute in den Kollegen fahren. Der wird beim Sitz sehen. Der Koch ist der Hauptkapitän der Königsgarde. Ich lerne, dass er den nicht immer ein bisschen dran hängt. Ah, nicht, du hast ihn. Ich lerne, was er seit einem Jahr, was er. Crystal in the King's Ring. What they've been after all along. So all talk of peace was merely a pretext. They played my father for a fool. Don't kid yourself. Reggie wasn't born yesterday. die los es got dealten losing hand in your old man played it the best he could he saw this coming a mile away and he wasn't gonna go down without a fight in the end though well he just wouldn't enough you need something else you talk to core i can't even remember the last time i saw reggie feels like a lifetime ago now, 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 now... now, 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 now... now, 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 now... now, 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 now... now, where's the core? core left the message said they'll wait for you in the tombs there to the northwest of here there's the short ways past the outpost find that first so, i've seen that there are my three quests i'll see if i want to see what they want there's some toy you got there it's just something we picked up after taking out some imperials well, i'll be crown city maid if you like, i can make this puppy better give it more oomph how? i can mod it for you mod it? look, i got diddly squad to do what with cindy taking care of the garage if you can find the parts i can do the work for you and where do we get these parts? download the other way among the discarded scraps pick up whatever looks useful and bring them to me okay, we can increase our weapons so we can also sell the engine sword with it we can also sell the engine sword with it i'm sure you have the key quests with the bond i see in the quest for you Oh, gut. Wenn es nicht die Jungs mit dem fehlenden Automobil ist. Das sind wir. Willst du alle ein paar Herzen für mich? Warum fragst du uns? Na, es ist nur ein alter Sid. Sid? Ja, ich sagte, dass ich dir alle ein paar Arbeit geben sollte. Es ist nicht egal, welche Art. Ich sehe, dass die Jungs nicht nach Hause gehen können. Wir haben uns da. Also, ihr müsst euch über die größere Welt lernen. Wenn ihr euch nicht die Dinge finden könnt, dann ist es kein Problem. Aber es würde sicherlich helfen, wenn ihr könnt. Nur was die Taka gekauft hat. Ja, um das zu kurzem zu beschäftigen. Nicht viel Arbeit nachher. Er ging zu uns. Lasst uns das als ein Geschenk. Wir haben das schon. Wir haben die Tomate schon auf jeden Fall. Der Tisch. Kost. Aufhölz. Sids Freunde, war es? Ihr alle, jetzt seht euch alle. Oh, 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 oh. Ihr alle, haben alle, was ich gefragt habe. Zu einfach. Ich dachte, Sid hat dir gesagt, uns Arbeit zu geben. Ja, ich glaube, es ging ein bisschen leicht auf dich. Ja, ich werde sicher, dass ich dir mehr als eine Herausforderung geben werde. Wie ist das? Auf jeden Fall. Ich empfehle deine Hilfe. Hier ist ein kleines Gebrauchpaket. Das sollte für ein gutes Essen machen. Nachts, äh, verschiedene Liebensmittel-Stecker. Ah, warte, geht direkt weiter. Oh, hey Boys. Habt ihr Zeit, um einem Mann eine Hilfe-Hande zu geben? Wie lange es ist nicht ein einfacher Shopping-Trip, diese Zeit. Nein, dieser wird ein bisschen Erfolg nehmen. Ich schreibe euch alle direkt zur Sorge, diese Zeit. In anderen Worten. Es ist Wachstum. Die Dinge, die ich euch alle zu holen möchte, ich versuche, in einem neuen Tuch. Ich hoffe, ihr könnt mir helfen. Ich habe die押 borgen. Zurück zur Seite. Von vorne gehen die Platze, mach alles gut und so. Wenn die alte Platze so aus- und ziemlich original abgebaut, dann so ein Garder, den sie nicht in Berlin haben, kann das richtig gut gehen. Das war dann so 4-Craft-Fuch von dem Dote-Croot. Okay. Dagger Coil Und ich kriege Räume 15 Yes, wir haben da Dwayne Lance 2 Wah, der Metal Scrapt, der tut nicht, der hätte ich dem in den Jog schon gepackt So, er kreiert ein neues Dich Das ist was er sagt, auf jeden Fall Cool, ich weiß nicht was er kackt Lass uns das hauen und herausfinden Jetzt Ja, das interessiert mich so auch, ne? Der neue Gericht Schon dann kann die Diskussion nennen sich Das ist ein bisschen das, was Tales of schon lange probiert und wir sehen immer so komisch, äh ähm, Gesichter Also so, einfach Sprites von der Gesichter sind abgeteilt und Schirrmann und Jungen in den Diskussion geführt Mir nicht während der Treppe, nicht natürlich An den letzten Tales of bis, mir natürlich Uninteressant, wirklich uninteressant Schau, was du finden kannst Und Du bist noch hier? Hör auf und find die Teile schon, ich bin aus meiner Wissen Okay, okay Ich hatte die Stecker Oh Ich gucke, ob andere Quasten abgeteucht sind Hier Ja, da sind abgeteucht Wie, du kommst noch hin Das ist von dem Dave Das ist von dem Dave, das heißt, ich geht darum, dass irgendwelche Apps zu fahren Ah, du hast auch eine Quaste abgeteucht Ah, den Dino, den Journalisten will abgeteucht Ich kann dir nicht tun Aber gut zu wissen, dass so Sidequests abgeteucht Und das ist nicht der Motiviert, wirklich die Sidequests zu machen bevor wir die Hauptqueste weiter füllen So spielen nicht Und ich werde das nochmal so machen Wenn ich das alles geskippt habe, wenn ich das für mich gespielt habe Dann werden wir dann in die nächste Folge Ich werde mir das besser mit den Sidequests hier runterkommen Also An dem Fall Holen wir es direkt schon hin Vor allem aber nicht weiter der Zeit Äh, für hier Weißt du hier schon den, äh, Marker? Ähm, ein Metal Scrap Das müsste ich doch hin Schon nicht komisch Also Treasures Ah, schon alles verkauft Okay, das ist gut Ja, stimmt, das Treasures und alles verkauft Oh, mir, das krieg ich doch schneller ran Was ist das? Was ist das? Wie war die Hunde, Leute? Gut Was machst du mit diesem Ding? Was ich weiß, dass du magst Du meinst... Ja Ja Wie war die Hunde, Leute? Oh, da bist du Also, äh, Du willst mir einen Wunsch machen? Sicher Und was ist es diese Zeit? Eine andere Hunde Mein Kupferd ist ziemlich nahe empty Okay, wir sind auf Ich wusste, dass ich auf dich alle Gute Hunde Gute Hunde Ich wusste, dass ich auf dich alle Gute Hunde Okay, nein Ja, also ich glaube, das werden wir noch nicht tun Das wäre Level 11 Oh, da sind noch Personen, wo wir noch nicht drauf können Hahaha Das macht Sidequests relativ einfach Ich denke Ich werde dann, äh Nächster werde mir dann ein bisschen hochführen Hier noch Gucken, wer denn die noch will Was ist das? Und kann gut sehen, dass wir auch nächster Schon mit dem Hardquest weiterführen Maja, ich hoffe, dass heute Gefällt euch ein bisschen mit Final Fantasy 15 Von dem Fall ist es noch Lass uns mal ein Like eben an Sonst schreibt mir einen Kommentar Sagt mal Hallo Oder überhaupt Schreibt mir Verteilt ein bisschen davon Oder Wie das Spiel überhaupt selber? Spiel doch in einem Moment Wie das schon durch Wie weiss Ja, voilà Lass uns kommunizieren An den Kommentaren Allee Das war halt eine Milch Ich wünsche euch noch einen schönen Tag Und bis demnächst Ciao